Für die Erdmandel-Schoko-Cookies gebt ihr glutenfreie Haferflocken, gemahlene Erdmandeln, Zimt, Kakaopulver, flüssiges Kokosöl, Agavendicksaft sowie Mandelmilch in eine Schüssel. Vermengt die Masse zu einem klebrigen Teig, gebt jeweils etwas vom Teig auf ein Backpapier und formt mit einem Löffel Cookies daraus. Schiebt die Cookies in den Ofen und fertig sind die leckeren glutenfreien und veganen Schoko-Erdmandel-Cookies, ganz ohne Mehl. Super einfach und schnell vorbereitet und so lecker, probiert das Rezept unbedingt aus.